Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit Jagst du den Alltag und die Sorgen weg Hab dich! Hallo Wölflinge! Hallo Wölfie! Mann, ist das ein gutes Wetter heute zur neuen Runde! Ja, die Sonne scheint! Das ist super! Sag mal, Wölfie, hast du denn nicht bald Geburtstag? Hä? Das hatte ich doch erst letztes Jahr! Ja, aber diesmal ist es ein runder Geburtstag! Ein runder Geburtstag? Wer dich hin? Nein, du bist 100 Jahre alt! 100? Ja, fast so alt wie unsere Leiter! Oha, das erklärt die ganzen Haare! Das müssen wir feiern, deinen 100. Geburtstag! Ja, das ist eine richtig gute Idee! Party, Party, Party! Und wir müssen alle Wölflinge einladen! Natürlich, cool! Alle Wölflinge aus der Diözese kommen zu deren Geburtstag! Und wo feiern wir denn da einen Geburtstag? Hm, am besten da, wo nicht alle so viel fahren müssen! Vielleicht in Rüthen? Das ist eine gute Idee! Und was machen wir denn da genau? Hm, zu meinem 100. Geburtstag, da müssen wir eine ganz große Expedition machen! Und wo expeditieren wir denn hin? Hm, vielleicht auf den Mond! Äh, ach, das ist Jahrhundert! Ne, wir machen, wir machen was, was, wie früher, eine Expedition in den Dschungel! In den Dschungel? Cool! Zu Baloo, Bagheera und Mowgli! Die habe ich schon ganz, ganz lange nicht mehr gesehen! Und ja, schön! Wie finden wir die denn? Baloo, Bagheera und Mowgli und die anderen! Gute Frage! Aber ich glaube, es ist einfacher, wir sind so laut wie immer und dann finden die uns schon! Ja, am besten, am besten rufen wir ganz laut! Da müssen wir uns was Gutes überlegen! Was könnten wir denn da... Moment, Moment, Moment! Wir rufen Wölflinge! Euer Wölflinge! 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 Hier ist man mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit, jagst du den Alltag und die Sorgen weg! Und wenn du stets gemütlich bist und etwas Appetitliches, dann nimm es dir, egal von welchem Flick, was soll ich woanders, wo's mir nicht gefällt. Ich gehe nicht fort hier, auch nicht für Geld, die Bienen summen in der Luft, erfüllen sie mit Honigduft. Und schaust du unter den Steinen, erblickst du Ameisen, die hier gut gedeihen. Probier mal! Zwei, drei, vier... Zwei, drei, vier...